Wilder Pass, Kimmich. Du Arschgeburt. Aber der will immer nur diesen... Torwart. Ich dachte, ich kann nicht mehr gebrochen werden, aber es geht doch! Es geht doch! Ey, Digga! Dieses Turnier ist einfach verflucht! Guck mal, es geht gar nichts. Ich grätsch perfekt, selbst da kommt er nicht ran. Ja, nein, Gegner werden nicht leichter. Hä, was? Hä? Hä? Ich dachte, Ecke! Hä? Walker sogar! Alter, auf geht's! Frankreich! Stürmer! Was? Junge, was? Aus dem Draftback 35k! Gideon! Zum dritten Mal, tauschbar! Ich darf nicht ausrasten. Ich kann nicht ausrasten! Passo, was kann ich nur ausrasten! Digga! Klipp das oder irgendeiner? Das ist schon das zweite Mal jetzt, Digga! Was ne Scheiße, Alter! Wann da, Bruder? Was laberst du da für ne Scheiße? Das war's dann auch für dich bei uns im Team. Habt ihr's gesehen? Ja, Digga! Ui! Ui! Was ist mit dem Rayner? Ja, deswegen hat er ne Future Star-Korde gekriegt. Ja, jetzt sind auch wieder die Schnellsten. Baller hätte es nicht mit Schnellste, ne, ne fehlerhafte Dokumente. Wahrscheinlich, ist das ne Elfer, what the fuck? Danke, danke, ja, ne. Find ich, find ich in Ordnung. Find ich komplett. Ja, ja, bitte, ey, ja, 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 ja! Komm mir, ey, bumst mich richtig hart, man! Schade! Scheiße! Ich wusste es! Und der macht diesen Ausfallschritt! Er macht den Ausfallschritt! Ich wusste, dass er dorthin spielt! Ich wusste, er spiel! Junge, muss die nächstes Jahr safe, geil, so jung. Oder ein neuer Verein, der... Oh, was? Bro! Wie unerwartet kam das denn jetzt? Ja, lauf! Ja, lauf! Ich hab alles gesehen, ich hab alles gesehen, ich hab alles gesehen, ich hab alles gesehen! Klipp, 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 klipp! Dicker, dicker! Klipp, 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 klipp! Ich fass es nicht, ich fass es nicht! Der Passwort Avenier! Lol, wo passt der denn hin? Im Mädchen, ich hab ihm Ansatz dorthin gebrannt. Loll, wenn das jetzt ein Tor gibt. Ich habe nicht im Ansatz auch nur dorthin gepasst. Klebt das jemand? Komm! Komm! Digga, was ist das für eine Scheiße, Mann, Digga? Stell es jetzt mal hin, Digga. Da schmeißt es vernünftig, Junge. Ey, ich habe so viele Chancen, das gibt es einfach nicht, ne? Abseits! Setz ich mal hin, du Kind. Du bist Kind. Du bist Kind. Das ist dumm, ey. Okay, walk out. Nein! Nein, 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 nein. Portugal. Reiter Flügel. Wer ist das? Oh mein Gott! Wer ist Figo? FIFA Deutschland. Oh mein, fickt meinen. Oh mein Gott! Mal sehen, ob sie den nutzen können. Oh, da ist er durch! Vorne der Ball gewinnt, sehr gut hier vom Torhüter. Ey! Ey! Drittes war Pfosten! Das gibt's nicht! Was denn da geht? Nein! Das ist geil! Hey! David, mein Freund! GG, man! Danke, dass du mir gesagt hast! Und noch ein 90er Alisson! Alter! Ich hab nix gedrückt, ich hab nix gedrückt! Macht nen Clip! Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation! Oh, da ist die Chance! Schluss, Pfiff! Herr Schiedsrichter! Es gab Vorteil! Der hat den Ball geklärt und es gibt keinen Elfmeter! Kannste dir nicht ausdenken! Die Neun für R9! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun! Für R9! Für D3! 3 4 5 5 5 Willkommen in FIFA Deutschland! Ah ja, über die habe ich mal ein Schul... Über die... Hatte ich mal ein Schul-Projekt noch jemand von euch? Ey, ey, Mann! Ich will doch nur einen Futurster mit... JA! Wer glaubt nicht an mich?! Wer?! Wo seid ihr, ihr Hater? Wo, wo? Komm her! Guck da! Wo seid ihr, Junge? Wo? Ist egal, Leonin! Scheißegal! Wo seid ihr, ihr Hater? Komm her! Komm her! Geh auf meine Fresse! Wo, wo? Hm? Ihr Hater! Ihr Hater! Ihr Hater! Ihr Hater! Ihr kriegt sogar noch ein Stück von mir vorgesungen jetzt hier! Tag! Tag! Ihr seid... Ich kann die Hater nicht hören! Gitarre, kannst du's? Nee! Wo sind die Hater? Die Hater, wo sind sie? So lange... Jetzt? Hater? Hallo? Hater? Hallo? So... ...